Hallöchen Leute, eine Kurzinfo für die aktuellen Projekte, wie sie laufen, wie sie nicht laufen und wie scheiße das gerade bei mir abgeht. Ohne Witz, ich kann bei Camtasia gerade keine Videos rendern, keine großen Summers, ich weiß nicht warum. Ich kann Deponia nicht rendern, ich kann Memoria nicht rendern und was Deponia angeht, muss ich auch noch gleichzeitig sagen, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Also, der erste Teil von Deponia war super, der zweite war auch noch super. Aber jetzt beim dritten, so langsam ist es einfach nur noch das gleiche. Ich werde bei mir privat einen Rush machen, drei, vier Stunden, irgendwie sowas, aber nicht mehr währenddessen aufnehmen. Kommentieren kann ich es einfach nicht, weil viel zu viele Funktionen, Sprachpassagen dabei sind und ähnliches. Deswegen werde ich das in Zukunft lassen und hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß bei unseren anderen Videos. Deponia verabschiedet sich aber hiermit und heute kommen leider auch kein Memoria oder Yu-Gi-Oh! raus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!